Ja. Auf geht's. Das ist kein Spiel, das ist eine Schande für die Gothic-Reihe, also Arcania. Tja, wem sagst du das? Inus sei gepriesen. Da bist du ja wieder. Und ich dachte schon, das wird nie geschehen. Nun, ehrlich gesagt, wollten wir gar nicht zurückkehren. Das war eher ein Zufall. Wie meinst du das? Wir haben sehr wichtige Nachrichten für die Paladine, daher muss ich schnellstmöglich mit Lord Hagen reden. Nachrichten für die Paladine? Sie sind hoffentlich gut, oder? Sie sind es wert, dass mich der Anführer der Paladine anhört. Warum fragst du? Weil wir von den Schlechten bereits mehr als genug haben. Während eurer Abwesenheit sind hier schreckliche Dinge geschehen. Korines ist gefallen. Nun sind die Orgs die wahren Herrscher der Stadt. Wie ist das passiert? Einige Tage nach eurer Abfahrt haben unzählige Aukhorden den Pass überquert und die Stadt angegriffen. Zunächst haben sie sie umzingelt und schon in der nächsten Nacht erstürmt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da geschah? Das war kein Kampf, das war ein blutiges Massaker. Und was haben die Paladine unternommen? Lord Hagen und seine Männer haben alles mögliche getan. Sie haben bis zuletzt gekämpft, aber die Orgs waren in einer erdrückenden Überzahl. Letztendlich haben sich die wenigen Überlebenden in das Fort Escan zurückgezogen und die Stadt fiel den Orgs in die Hände. Hat noch jemand überlebt? Ich denke nicht. Alle Zurückgebliebenen wurden von den Orgs mit Sicherheit getötet. Tja, schlimmere Nachrichten kann man sich wohl nicht vorstellen. Und das ist? Nur ein kleiner Teil des Schreckens, den die Orgs über uns gebracht haben. Unser heiliges Kloster wird von ihnen belagert und nur Innos weiß, wie lange wir noch standhalten können. Alle Wege werden von Org-Patrouillen kontrolliert und die meisten Bauernhöfe sind erobert oder niedergebrannt worden. Was ist mit Onas Hof? Ihn haben die Orgs noch nicht eingenommen. Aber es wird bestimmt nicht mehr lange dauern, bis dies geschieht. Sie haben ein großes Feldlager in der Nähe des Hofes aufgeschlagen und werden ihn bestimmt bald erstürmen. Alle unsere Hoffnungen ruhen nun auf dem Fort Escan, in dem sich die überlebenden Paladine befinden. Aber wir haben von ihnen schon lange nichts mehr gehört. Die Situation kann also kaum noch schlimmer werden. Verstehe. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich weiß noch nicht genau, aber wir müssen auf jeden Fall versuchen, die Situation zu unseren Gunsten zu verändern. Und meine größte Hoffnung in dieser Sache beruht auf dir. Auf mir? Ja, auf dir. Ich denke, dass nur du dieser Herausforderung gewachsen bist. Andernfalls wäre ich jetzt nicht hier. Schon gut, wie du meinst, und womit sollen wir anfangen? Du musst dich umgehen zu Lord Hagen begeben. Das ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen wissen, wie der Zustand seiner Kämpfer ist und was wir von ihnen zu erwarten haben. Ich verstehe natürlich, dass die überlebenden Paladine im Fort bei weitem nicht stark genug sind, um die Insel komplett von den Orks zu befreien. Aber sie stellen momentan die einzige Kraft dar, die den Orks Widerstand leisten kann. Vergib dich also schnellstmöglich in das Fort Escan und bringe in Erfahrung, wie die Situation dort ist. Und noch etwas. Wie du schon weißt, ist die Stadt jetzt voller Orks, weshalb man sie kaum noch lebendig verlassen kann. Ihr habt kaum eine Chance, euch durch ihre Reihen durchzukämpfen. Deinetwegen mache ich mir fast keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass du aus dieser schwierigen Situation einen Ausweg finden kannst. Aber fast alle deine Gefährten sind in eine gefährliche Falle geraten. Sollten die Orks euer Schiff angreifen, dann... Ich denke, du verstehst, was ich meine. Ja, und was schlägst du vor? Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist die Teleportationsrunen zu benutzen, die du hoffentlich noch bei dir hast. Ich denke, dass dies die einfachste Möglichkeit ist, diesen Ort ungehindert zu verlassen. Es kann aber auch sein, dass deine Runen nicht für alle ausreichen, sodass sich einige von euch noch durch die Stadt werden durchkämpfen müssen. Daher solltest du gut darüber nachdenken, wem du die Runen gibst. Und da ist noch was. Biete ihnen keinesfalls die Teleportationsrunen zum Kloster und zum Passseingang an. Damit würdest du sie in den sicheren Tod schicken. Warum? Weil sowohl der Eingang zum Pass als auch die Gegend um das Kloster von den Orks kontrolliert werden. Und diejenigen, die diese Runen benutzen würden, würden dann diesen dreckigen Biestern zum Opfer fallen. Gut, das merke ich mir. Gut. Übrigens, hinsichtlich Watras und Milken musst du dir keine Sorgen machen. Als Magier werden sie auch alleine zurechtkommen. Sie werden mich zum Kloster begleiten, ihr Platz ist jetzt dort. Alles klar? Gut. Was aber die anderen angeht, so solltest du unbedingt mit ihnen reden. Das wird ihnen bestimmt etwas Zuversicht verleihen. Was ist mit dem Novizen Pedro? Was? Ist dieser Verräter auch bei euch? Ich dachte, er wäre tot. Ich habe ihn in einer Höhle auf Erdo-Rat aufgefunden. Die Orks hatten ihn gefangen genommen. Ehm? Na, dann nehme ich ihn mit ins Kloster. Dort werden wir ihn gebührend bestrafen. Sei bitte gnädig zu ihm. Warum denn das? Ich bin mir sicher, dass er keine Schuld an dem Geschehenen trägt. Ach ja? Und warum meinst du das? Lass uns etwas später darüber reden. Es ist jetzt nicht die beste Zeit dafür. Ehm? Na schön. Ich habe deine Worte zur Kenntnis genommen. Seine Sicherheit ist bis auf Weiteres garantiert. Aber bedenke, später wirst du mir seine Unschuld beweisen müssen. Welche Strafe ihn andernfalls im Kloster erwartet, weißt du sehr gut. Gut, ich habe es verstanden. Hervorragend. Ich begebe mich dann zurück ins Kloster. Meine Anwesenheit dort ist dringend notwendig. Wenn du also mit mir sprechen möchtest, weißt du, wo du mich findest. Wir sehen uns. Inos beschütze dich. Vielen Dank für deine gesegneten Wünsche. Kapitel 7. Ey! Das Kapitelbild wird dir angezeigt. Habt ihr das gesehen? Tschüss. Erzbrocken. Liegt schon wieder hier rum. So, ich werde jetzt mal direkt gucken, wie spät wir es haben. 0 Uhr 40. War ja klar, mitten in der Nacht. Das will ich mir aber so nicht reinziehen. Machen wir doch bis zur Morgendämmerung. Dann haben wir noch den ganzen Tag. Ja, gut. Gehen wir erstmal hier raus, aus dem Schiff. Und dann hier hin. Tja, Freunde. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle den Stream und machen nächste Woche weiter. Ähm. Oder sollen wir weiterspielen? Ich kann gerade eigentlich gar nicht aufhören. Ich überlasse euch die Entscheidung. Wir machen so lange ein Minispiel. Ich habe noch ein Flager. Und ihr überlegt euch, ob wir weiter streamen sollen oder nicht. Wir haben 7 Uhr. Also ich könnte noch ein, zwei Stunden machen und dann müsste ich echt ins Bett. Morgen wieder arbeiten. Das geht leider nicht. Also so lange kann ich jetzt nicht mehr machen. Wir könnten uns ein bisschen das siebte Kapitel angucken. Das wäre jetzt kein Problem. Aber arg viel kann ich da jetzt nicht machen, ne? So, wir machen ein kleines Minigame. Dafür habt ihr drei Minuten Zeit. Und, ähm, in der Zwischenzeit überlege ich mir, ob wir weitermachen oder nicht, ne? Da kann ich mir doch auch nochmal ein Käffchen kochen. Also, viel Spaß damit. Ich habe auf,ẩn. Das wäre jetzt nie embrace. Ich bin persönlich schon fast. Alles in die Breitungen stehen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehrז Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächstes Wochenende Gothic 2 fertig machen und schon mit Gothic 3 anfangen. Ja, Michi, stimmt. Na gut. Also mach mal noch ein, zwei Stündchen. Es ruckelt ein bisschen, weil ich die Weitsicht sehr hoch eingestellt habe beim Renderer. Dann ruckelt so ein bisschen die Kamerafahrt, aber ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Obwohl wir mit 40 FPS hier rumgurken, ruckelt es halt ein bisschen, ne? Geil, oder? Ist das nicht geil, Leute? Und die Musik erst. Was ist denn jetzt los? Wir stecken in der Animation fest, glaube ich. Hä? Ja, wir stecken in der Animation fest. Ähm. Das sollte eigentlich helfen. Ich werde kämpfen bis in den Tod. Yo, alles wieder gut. Also wenn man nicht mehr rauskommt aus der Animation, meistens, wenn es möglich ist, einfach speichern und neu laden. Dann ist alles wieder gut. Ist so ein Gothic-Problem. Hat nichts mit der Mod zu tun. Gott sei Dank, sie haben alle überlebt. Ach Gott, ach Gott. Da habe ich mal wieder Glück gehabt. Es wurde keiner gefangen genommen. Geil! Ach Gott, ach Gott. Da bin ich aber froh, hey. Ah! Ach so, Milton ist im Kloster. Gorn ist auch da. Geil. Warte mal. Bleibst du um zu kämpfen? Natürlich. Wieso, zweifelst du etwa dran? Nicht wirklich. Wollte nur fragen. Seltsam, das aus deinem Mund zu hören. Du solltest doch wissen, dass ich keine Gelegenheit auslasse, ein paar Orks zu erledigen. Meine Axt würde sonst ja noch ganz einrosten. Ach, mir juckt's schon richtig in den Fingern. Zeigen wir diesen Viechern, mit wem sie sich angelegt haben. Ja, klingt ganz nach dir. Ja, stets bereit, sich in eine Schlägerei zu begeben, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. An deiner Stelle wäre ich diesmal aber ein wenig vorsichtiger. Schließlich werde ich deine Axt noch gebrauchen können. Es sind einfach zu viele Orks in der Stadt. Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Hoffen wir's mal. Nachschön. Deiner Zuversicht konnte man stets trauen. Wir sehen uns später. Natürlich. Kumpel. Der Flow fragt, was wäre, wenn einer gefangen genommen wäre? Es gibt zwei Möglichkeiten. Unsere Freunde können sterben. Das heißt, sie werden gar nicht als gespawnt. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit. Der ein oder andere könnte im Kerker bei Lord André gefangen genommen worden sein. Ja, und dritte Möglichkeit ist, sie haben's alle geschafft und sind hier auf dem Schiff versammelt. Das sind diese drei Möglichkeiten. Und das läuft per Zufall. Per Random. Ich hab jetzt Glück gehabt, dass hier alle es auf dem Schiff geschafft haben. Keiner wurde gefangen genommen. Von daher können wir jetzt auch mit allen hier reden. Fangen wir erstmal mit Diego an. Er ist unser Mentor. Es scheint, als wäre die ganze Stadt von Orks besetzt. Sieht so aus, als wären schwere Zeiten für die Menschen angebrochen. Viele sind schon umgekommen, doch viele werden sich noch zu ihnen gesellen. Ja, die Situation ist wirklich lausig. Aber ich denke, jetzt ist nicht die Zeit zum Jammen. Sag mir lieber, was wir jetzt machen sollen. Wie? Was? Natürlich können wir versuchen, aus dieser Falle zu entkommen. Obwohl, wenn wir die Dinge realistisch betrachten, sind unsere Chancen ziemlich schlecht. Oder wir warten, bis die Orks von selbst hier auftauchen, dann müssten wir erstmal gar nichts tun. Ich glaube nicht, dass Letzteres nach deinem Geschmack ist. Da hast du völlig recht. Wahrscheinlich ist es besser, ihnen zuerst einen herzlichen Willkommensbesuch abzustatten. Willst du damit sagen, dass du die Orks angreifen willst? Ich denke, du hast mich ganz richtig verstanden. Aber das ist doch reiner Wahnsinn. Kann schon sein. Jedoch werden die Orks wohl kaum einen derartigen Schritt von uns erwarten. Deshalb könnte mein Plan funktionieren. Und wenn der nicht funktioniert? Dann kann man daran eben nichts ändern. Aber glaube mir, diese Kreaturen müssen sich schon sehr anstrengen, um uns zu besiegen. Ich bin gleich wieder da. Ich muss gerade was gucken. Oder besser gesagt, ich muss meinen Dashboard überarbeiten. Da steht ja noch Kapitel 6. Und jetzt schreibe ich einfach mal Kapitel 7. Nein, nein, lieber Kit. Da irrst du dich. Laut dem Skript kann es auch so passieren, dass vorher schon jemand gefangen genommen wurde. Ich kann dir gerne den Skript geben. Und du weißt, wie oft du dich schon geirrt hast. Und das mit... Wenn du schreibst, ich bin zu 100% sicher, das ist schon völlig verkehrt, lieber Kit. Ich habe hier eine Teleportationszone zur Tavane zur Totenheit. Das solltest du lieber nicht schreiben. Mit ihrer Hilfe könntest du diesen Ort sicher verlassen. Ehm? Brauchst du sie denn nicht selbst? Nein, sonst hätte ich sie dir nicht angeboten. Nun, wenn das so ist, dann werde ich wohl von deinem Angebot Gebrauch machen. Das ist vernünftig. Es wäre dumm gewesen, darauf zu verzichten, wenn es doch dein Leben retten kann. Gut, geht sie her. Hier, nimm. Nun, ich danke dir. Jetzt stehe ich in deiner Schuld. Nicht der Rede wert. Schone dich lieber. Möglicherweise wird deine Hilfe bald benötigt. Wie du meinst. Dann bis später. Gut. Also, lieber Phantom-Deep-Kit. Was natürlich auch sein kann, die Leute, die keine Runen haben, bei denen besteht, nachdem wir hier das Schiff verlassen, erst recht eine Gefahr, dass sie auch gefangen genommen werden. Das sind zwei Möglichkeiten. Ich kann dir gerne mal diesen Skript zusenden. Und wenn du wirklich dich daran beteiligen willst, mir zu helfen, wirst du das sowieso dann sehen. Also, dieser ganze Ablauf hier, der hier stattfindet, läuft alles per Zufall von Phantom-Deep-Kit. Da gibt es keine wirkliche Regel oder so, die festbestimmt ist. Es läuft hier alles per Zufall. Ist wirklich so. Hey! Hast du gehört, was passiert ist? Die Orgs haben die Stadt eingenommen. Ja, eine schlimme Sache. Wir müssen jetzt gut überlegen, wie wir hier wieder heil rauskommen. Hast du eine Idee? Ich weiß nicht. Anscheinend haben wir keine andere Möglichkeit, als uns durch Korinus zu kämpfen. Obwohl es unseren sichereren Tod bedeutet. Ich glaube, da hast du recht. Wenn man überlegt, wie viele Orgs sich dort aufhalten, sind die Chancen, uns durch die Stadt zu kämpfen, praktisch bei Null. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen es versuchen. Na schön, viel Glück, Angar. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich auch, mein Freund. Ich glaube, Angar würde sogar alleine mit der kompletten Org-Horde hier fertig werden. Der ist so stark. Der hat so viel Kampferfahrung. Der würde die alleine alle platt machen. Hey! Wie ist hier die Lange? Was soll ich dazu sagen? Die Situation ist doch relativ eindeutig. Ich denke, jedem Idiot war klar, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Orgs hierher kommen würden. Und was hast du jetzt vor? Ich denke, du solltest darüber mit dir reden. Was er entscheidet, wird gemacht. Gut, ich werde mit ihm reden. Ich denke, wir haben ein Problem. Wenn du das mit den Orks meinst, darüber weiß ich schon Bescheid. Pyrocar hat mir schon von den Geschehnissen erzählt. Und was denkst du über diese Sache? Nichts. Für mich persönlich gibt es ja nur einen Ausweg, sich im Kampf durch die eroberte Stuttgart. Und denke nicht mal daran, mir eine Telepatrone anzubieten. Für mich ist sie nutzlos. Es ist nur eine kleine, prozentuelle Wahrscheinlichkeit, dass es passieren kann. Um jetzt einfach vom Schlachtfeld davon zu laufen wie der letzte Feigling. Mich erschreckt man nicht mit irgendeiner traurigen Horde Orks. Zu meinen Zeiten bin ich schon in schlimmeren Situationen gewesen. Also, diese abscheulichen Kreaturen werden es noch bereuen, dass sie sich entschieden haben, sich mit mir anzulegen. Davon kannst du überzeugt sein. Nun ja, in dem Fall braucht man echt keine Zweifel zu haben. Und noch etwas. Mach dir auch nicht die Mühe, Laris eine Teleportrunde anzubieten. Er wird mich hier nicht im Stich lassen. Gut, werde ich nicht. Das ist gut. Ich denke, du hast alles richtig verstanden. Also, dann bis zum nächsten Treffen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. So wird es sein, mein Freund. Du brauchst deswegen nicht so besorgt zu sein. Och, mir kommen die Tränen. Dann reden wir noch mit Lester. Was meinst du? Wie können wir uns hier jetzt herauswinden? Ich bin mir sicher, dass es für dich kein Problem ist. Du hast dir doch bestimmt schon etwas anfallen lassen. HMMM? Kann sein. Es ist aber noch zu früh, darüber zu sprechen. Na siehst du, es überrascht mich nicht einmal. Du hast es doch schon immer geschafft, mit heiler Haut davon zu kommen. Und ich denke, diesmal wird es nicht anders sein. Aber was willst du denn machen? Weiß ich noch nicht. Das Einzige, was mir in den Sinn kommt, ist das, was auch der Großteil der Jungs hier vorhat. Sie wollen sich durch die Stadt durchkämpfen. Doch das ist wahrlich nicht die beste Lösung. Aber was bleibt uns denn noch übrig? Oder hast du etwa einen besseren Vorschlag? Nein, habe ich nicht. Na siehst du, dann bleibt uns. Wie gesagt, wir haben uns. Ja, was natürlich schade ist, an dieser Stelle. Na gut, ich wünsche dir viel Glück. Lester, hoffentlich treffen wir uns noch. Natürlich. Was natürlich schade ist, man kann als Sektler oder Templer oder Guru dem guten Lester die Rune geben, die man zum Sektenlager erhält. Nein, nochmal. Also, man kann Lester die Rune geben, die den Helden zum Sektenlager in Korinis teleportiert. So. Aber wir sind kein Sektler und haben auch die Rune nicht. Die bekommt man nämlich von Bal-o-Run. Und das ist natürlich schade. Deswegen kann man ihm jetzt hier keine Rune geben. Wer fehlt noch? Wer fehlt noch? Girion, Torloff und Bennet. Reden wir doch mal mit Torloff. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Korinis ist von den Orks erobert worden. Ich fürchte, für mich war dies kein Geheimnis. Als wir uns dem Hafen näherten, hatte ich schon so ein Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Und wie es scheint, hat mich meine Ahnung nicht getäuscht. Na gut. Und was fällt dir dazu ein? Absolut nichts. Ich denke, dass uns in der jetzigen Situation nur eines helfen kann. Und das wäre? Ein Wunder natürlich. Aber ein Wunder glaube ich nicht. Stattdessen bin ich es aber gewohnt, mich auf mein eigenes Schwert zu verlassen. Ja, und ich denke, ein kleines Training wird mir schon nicht schaden. Warte, nicht so schnell. Ich habe diese Teleport-Rune zu Onas Hof anzubieten. Wenn du sie benutzen willst, dann kannst du das gerne tun. Rune? Ehm? Ich weiß nicht so rechts, mein Junge. Ich muss darüber nachdenken. Lohnt es sich denn? Was gibt es da groß nachzudenken? Nimm die Rune und fertig. Denn deine Idee, sich durch die Stadt zu kämpfen, die voller Orks ist, wäre der reine Wahnsinn. Sie machen Hackfleisch aus dir. Das weißt du besser als ich. Und dein Schwert könnte mir bei anderen Dingen noch sehr nützlich sein. Also nimm diese Rune und widersetz dich nicht. Na ja, du hast mich überzeugt. Dann gib schon hier, mein Junge. Wieso nicht gleich so, Kian? Ach, ich hoffe, mir geht's danach nicht wieder eine Woche lang so dreckig, wie bei einem heftigen Kater. Ich freunde mich mit diesen Dingern eigentlich nur schwer an. Jetzt sag mal kein Weichei. Das wird schon gut kommen. Da bin ich mir sicher. Und selbst wenn es doch passieren sollte, so hast du immer noch bessere Überlebenschancen als gegen die Äxte der Orks. Genau. Das stimmt natürlich. Was soll's, mein Freund? Ich begebe mich dann mal zum Hof. Wir sehen uns dann dort. Sicher. So, lieber Bennett. Die Stadt wurde von den Orks eingenommen. Wirklich? Verdammt. Es sieht wohl so aus, als wären wir in ernsthaften Schwierigkeiten. Und was machen wir jetzt? Das weiß ich bisher auch noch nicht. Allem Anschein nach müssen wir uns durch die Stadt durchschlagen. Es gibt einfach keine andere Option. Achtung. Das ist gar nicht gut. Ich bin sicherlich kein Feigling, aber als Söldner bin ich miserabel. Ich glaube nicht, dass meine Chancen allzu groß sind. In diesem Schlaf hast du überlebt. Oh je, das tut mir leid für dich, Bennett. Aber ich kann dir nicht helfen. Du hast Glück. Ja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall werden wir nicht lange drauf warten müssen. Nun, ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich habe hier zwar noch Teleportruhen, aber es ist natürlich schade, dass man diese nicht weitergeben kann. Wie zum Beispiel hier. Also Passemintal oder Passemkorenis geht natürlich nicht. Zur Hafenstadt auch nicht. Was hätten wir noch? Zu Xaras zum Beispiel könnten wir Bennett schicken. Oder zum Kloster. Aber es ist natürlich schade, dass man das nicht anbieten kann. Das müsste man dann in einem neuen Patch ändern. Okay, fehlt nur noch Girion. Hast du schon gehört, die Stadt wurde erobert? Ja, hörte ich. Und ich bedauere sehr, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht bei meinen Brüdern war. Ich weiß, sie hätten meine Hilfe gebraucht. Aber ich habe sie im Stich gelassen. Alle im Stich lassen. Ach komm, du hättest doch nichts an der Lage geändert. Und dein Tod auch nicht. Das ist schon möglich. Aber der Tod ängstigt mich nicht. Ich wäre glücklich, mein Leben für den Ruhm und die Größe Inos zu geben. Insbesondere im Kampf mit solch abscheulichen Kreaturen wie diesen Orcs. Ist bin überzeugt, dass du noch eine gute Chance bekommst, dies zu beweisen. Offenbar wimmelt die ganze Inseln nur so vor Orcs, sodass sie für alle ausreichen werden. Oh, da kannst du dir sicher sein. Ich werde nicht rumstehen und zuschauen. Und was gedenkst du jetzt zu machen? Nun, ich habe gehört, dass ein paar der Jungs sich entschieden haben, sich durch die Stadt zu kämpfen. Also dachte ich, mich ihnen anzuschließen. Weiterhin ist es auch eine gute Möglichkeit, mit den Orcs wegen des Todes meiner Brüder abzurechnen. Und sei überzeugt, ich werde diese Chance nicht verstreichen lassen. Kriegerisch. Es scheint so, als würde ein Versuch, dich von dieser verrückten Idee abzubringen, vergeblich sein. Vollkommen richtig. Mach dir gar nicht erst die Mühe. Na dann, wünsche ich dir viel Glück, Gyrillon. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Gleichfalls. Super. Ja, das war's. Wir haben jetzt mit allen hier gesprochen. Ach, Vatras fehlt noch. Und Milton natürlich. Aber die sind schon weg, ne? Der gute Pyroka hat beide mitgenommen. Über Teleportation. Ja, Bastard. Der hätte sie doch direkt alle mitnehmen können. Typisch Pyroka, ne? Denkt nur an seine Magier. So, dann gucken wir uns mal das Tagebuch an. Die Hüter. Das kennen wir schon. Unschuldig ist die Sache mit Pedro. Da müssen wir im Kloster nochmal mit Pyroka sprechen. Der Krieg mit den Orks. Ja, da steht natürlich jede Menge Kram. Das, was Pyroka uns erzählt hat. Zunächst muss ich mich schnellstmöglich in das königliche Vor Asgarn begeben. Dort muss ich mit Lord Hagen sprechen und in Erfahrung bringen, wie der Zustand seiner Kämpfer ist. Die Paladine sind zur Zeit die einzige Kraft auf der Insel, die den Orks noch Einhalt gebieten kann. Die Falle. Ja. Also, ist auch jede Menge Scheiße. Hier wird auch reingeschrieben, wem ich alles eine Teleportationsruhe gegeben habe und wer sich durch die Stadt durchschlagen will. Ich habe mit allen, die sich auf dem Schiff befinden, gesprochen. Jetzt kann nur noch Innos entscheiden. Wer leben soll und wer nicht. Also, wenn wir Pech haben, dann stirbt Lester, Bennett, Lares, Lee und Geryon. Und, äh, ja, und die zwei auch noch. Hier Gorn und Angar. Das bleibt dem Zufall überlassen. Sie haben bis jetzt überlebt. Aber sie können immer noch sterben, ne? Gut, machen wir hier mal einen Speicherstand. Ich kann es nicht fassen. Wir sind echt fast am Ende, Leute. Das ist unglaublich, ne? Ich kann es nicht fassen, ey. Ja, seht ihr hier? Deswegen hat die Kamera vorher so ein bisschen gerüttelt. Weil die Weltsichtweite einfach auf Maximum war und das war ein bisschen zu viel. Aber ich denke, das ist kein Problem. Man hat ja alles gut gesehen, ne? Tja, seht ihr das? Auch die Robe bringt hier nichts mehr. Diese Orks sind richtig böse. Da bringt auch die Robe der Hüter nicht mehr. Habt ihr das gesehen? Ich wollte das nochmal kurz zeigen. Die bringt hier gar nichts mehr. Die Orks hier in der Stadt sind sowas von übels böse. Die akzeptieren nur das Ulumulu. Warum auch immer? Das Auge Inus pulsiert voller Energie und das werden wir jetzt auch ausrüsten. Gucken wir uns die Werte nochmal an. Schutz vor Waffen 230, vor Geschossen 212, vor Feuer knapp 300, vor Magie 270 knapp. Wahnsinn. Lebensenergie 1600, Stufe 90 knapp. Heftig. Wirklich heftig. Seht ihr, die akzeptieren wirklich nur das Ulumulu, nichts anderes. Alles andere, scheißegal. Es gibt noch das Totem der Stärke. Das akzeptieren die Orts auch, aber sonst nichts anderes. Glücklicherweise ruckelt hier gar nichts. Das ist schön. Äh, die Hüterrube nützt hier gar nichts, lieber Phantom Deep Kid. Die nützt nur in den vorherigen Kapiteln was. Aber hier nicht mehr. Ich muss mal eben hier die ganzen Leute lehren, weil das sonst Performance kostet. Jetzt greifen sie mich auch noch an, die Idioten. Da muss man einfach nur nochmal aus dem Sichtbereich ausgehen. Dann beruhigen sie sich wieder, die verdammten Orks. So. Ja, die sind sehr empfindlich, diese Orks. Goblinbeere, sehr schön. Ich werde hier die ganzen Menschen äh, looten. Weil das einfach Performance kostet, wenn sie hier rumliegen. Das ist einfach so. Das sind Wops, die unnötig in der Welt gelagert werden. Oder im Speicherstand. Das muss nicht sein. Oh, ich liebe diese Musik, ne? Noch eine Goblinbeere. Meine Güte. Das nenne ich aber Glück, ey. Noch eine. Ach du Scheiße. Halt. Immer schön ruhig bleiben, ne? Freunde. Ich will euch nichts tun. Gerbrand. Die haben es alle nicht geschafft. Haha. Das ist schon ziemlich traurig, ne? Also ich finde das immer sehr, sehr traurig. Das ist schon echter Herzschmerz, muss ich sagen. Miley. Die süße Miley. Die Bruma. Alle sind sie tot, ne? Die Sonja ist auch tot. Wirklich traurig, das Ganze hier. Die gute Vanya. Wo ist Nadja? Nadja! Nadja! Nadja? Wo ist meine Nadja? Hier ist meine Nadja. Da oben hängt sie. Nadja! Wo bist du? Hast du es geschafft? Ich glaube, Nadja hat es geschafft, ne? Ja, Nadja hat sich gerettet. Ich bin ja schon. Danke. Geh zu Nadja. Sie wird dich nach oben begleiten. Cardiff's Kneipenwächter, der ist auch tot. Der hat's leider auch nicht geschafft. Ach Gott, ach Gott. Der gute Cardiff ist auch tot. Und der Snuff auch. Die haben's alle nicht geschafft, ne? Alle sind sie tot, ey. Ich find das so traurig. Aber von der Geschichte her sehr, sehr geil gemacht. Wirklich. Ach Gott, ach Gott. Man sollte die Orks nie unterschätzen. Das ist echt ein Fehler. Viper. Da liegt er ja. Brarin. Das ist schon schlimm, find ich. Wir fehlen echt die Worte, ey. Ja, hier ist Monty. Den haben wir befreit aus Jakinda. Ich fass es nicht, ey. Alle wurden sie getötet. Boah, das gibt Rache. Ich bin richtig sauer, ey. Das gibt Rache. Das schwöre ich euch. Barcello, pack doch mal die Soundliste unter den Stream. Nein. Nein. Es reicht doch, wenn ihr sie lesen könnt über den Hoster. Lumpy. Das reicht doch vollkommen. Ein klein wenig ruckelt es aber schon. Aber nur ein klein wenig. Da haben wir schon wieder diesen komischen Grafik-Bug. Boah, ich hasse das, ne? Ich kann sowas nicht sehen. Ich bin da pingelig und so Sachen, Leute. Komm gleich wieder. Entweder lädt der Renderer irgendwie die falsche Textur, oder ich weiß nicht, woher... Du, Penner, wolltest mir also nur eine Falle stellen. Du musst doch nur Sounds drücken, lieber Lumpy. Ausrufezeichen Sounds, dann kriegst du doch den Link. Das ist doch nicht schwierig, oder? Oder bist du so faul? Einfach nur Sounds eingeben und fertig. Ah, jetzt ist der Bug weg. Seht ihr das? Textur wieder da. Hallo, Marcello. Ich kann nicht so gut Deutsch sprechen oder verstanden. Ist dieses Mod available in Englisch? Und jetzt ist das Modification 1.12.9. Ist nicht in Englisch available. Ich bin sorry. Es ist nur in 1.1. Oder in 2.0. Aber nicht in 1.12.9. Rebalance 1.12.9 ist nur in Englisch oder in Russland. Avelro. Ja, mein Kleiner, hast du denn auch eine Originalversion? Kanta? Da ist Fernando. Äh, was zum Geier? Ist mit dir los, Bennett? Ach, komm, jetzt packt ihr auch schon wieder rum. Ja, Bennett packt jetzt auch irgendwie rum. Ja, ihr habt es ja gesehen. Bennett und Gyrion haben es leider nicht geschafft. Aber sie sind nicht tot. Also es hätte auch sein können, dass sie sterben. Das heißt, wir können sie noch aus dem Knast befreien. Seht ihr das? Die sind nicht tot. Die leben noch. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Die wurden gefangen, leider. Wer ist denn hier drin? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall Kanta drin. Ich habe dich gewarnt. Aber du wolltest nicht hören. Jetzt verpiss dich. Ich will mich ausruhen. Als ob du irgendwas zu sagen hättest. Da lachen ja die Hühner. Alle sind sie tot. Tja, die Orks kennen halt einfach keine Gnade. Die wollen selbst überleben. Was ja verständlich ist. Oder verständlich sein sollte. Wo ist Mortis? Oder Peck? Naja, ist auch egal. Ja, dann machen wir mal weiter. Also hier kann es schon ein bisschen ruckeln, ne? Wundert euch nicht. Aber bei so vielen... Bei so vielen Orks auf einem Fleck. Das sind einfach sehr viele Wops, ne? Ja, 36 FPS sind so ein Kram. Aber es geht noch. Ist alles gut. Alles noch sehr gut spielbar. Ich muss einfach nur die Leute hier looten. Dann wird's besser. Weil die dann verschwinden. Charlotte hat da einen Besen dabei. Ist ja schon witzig, ey. Da ist nichts zu holen. Ach du Scheiße, ne. Das hebe ich nicht auf. Das hebe ich nicht auf. Ähm, ja. Geht's noch? Jetzt haben wir hier schon wieder so einen komischen Animations-Bug. Warum auch immer. Also das siebte Kapitel ist noch nicht ganz rund hier. Da sind noch ein paar kleine Fehler drin, ne? Was hab ich denn gerade geladen? Was hab ich denn gerade geladen? Was hab ich denn gerade geladen? Wo ist Abudjiin? Abudjiin, 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 Ibn Jadir, Ben-Hachi, Al-Sharidi. Tja, der ist leider auch tot. Nichts zu blöndern. Ähm, ich mach mal hier weiter. Mein Name ist Abudjiin, Ibn Jadir, Ibn Omar Khalid, Ben-Hachi, Al-Sharidi. Der gute Baltram ist auch tot. Suris ist auch am Arsch, glaube ich, ne? Die sind alle tot. Alle sind sie tot. Mein Gott, sind das viele Orks hier. Ist ja wahnsinnig. Oh, Harkon. Oh, Harkon. So, Suris wird irgendwo zu Hause sein, denke ich. Wo ist Suris? Suris? Wo bist du? Unsichtbar vielleicht? Nö. Suris ist nicht da. Ist jetzt auch egal, dann ist er halt nicht da. Weiter ran. Oh! Der hat viel Kram dabei. Tja, der gute Fisk hat's auch nicht mehr geschafft. Aber die Tränke. Ah, da freu ich mich. Muss ich keine mehr kaufen. Pablo! Alle sind sie tot. Suris! Da bist du ja! Och, da freu ich mich aber drauf. Haha! Nett. Danke für den ganzen Kram, Suris. Das sag ich doch mal nicht nein. Also, es hat auch schon was, ne? Dass die Orks hier eingefallen sind. Ich mein, zu unserem Vorteil, ne? Das ist absolut zu unserem Vorteil. Kavalon hat sich gerettet, glaube ich. Ah, Valentino ist verreckt. Ah, Valentino ist verreckt. Myxio hat's auch geschafft. Super. Sonst noch jemand hier? Die Frau von Bospa hat's nicht geschafft. Und wer bist du? Ein Bürger. Alrik. Ach, du Scheiße. Das müsste hier... Rupert. Oje, oje. Hahaha! Jetzt bin ich mega reich. Oje, oje, oje. Das wäre nicht Reichtum. Oje, oje, oje. Geil. Das Inventar wird explodieren, das sag ich euch. Das Inventar wird wirklich explodieren. Guckt euch das mal an. Das ist krank. Ähm, lieber Flo, ich habe auch hier eine schöne Faust, mit der du gerne Bekanntschaft schließen kannst, wenn du willst, ach, die schönen Bögen von Bospa, die gehören jetzt alle uns, alle sind sie tot, dann hau ich dir vor das Pfund aufs Maul, der gute Tom, das war dieser ehemalige Bandit, Matteo, dann hau ich dir vor das Pfund aufs Maul. Meine Güte! So viele Menschen tot, ich fasse es nicht ein. Blut! Hier ist Blut! Bäh! Ekelhaft! Naja, zumindest die Schafe wurden noch nicht abgeschlachtet. Die schöne Lucy ist auch tot. Tja, was soll man dazu sagen? Am besten nichts. Lema ist schon lange tot. Und warum tötest du unsere Schafe? Ich glaube, Lema ist schon lange tot. Nichts zu plündern. Meine Güte, wie viele NPCs gibt es hier? Das ist ja Wahnsinn. Korinus ist ja richtig belebt. Das fällt einem gar nicht so auf, ne? Wie viele Menschen hier rumgurken. Das ist ja Wahnsinn. Ich fasse es nicht. Guckt euch mal diese Blutlache an. Boah. Ich hau euch so aufs Maul. Ich fasse es nicht. Meine geliebte Edda. Die wurde ja regelrecht abgeschlachtet. Ihr seid alle dran. Ihr seid alle tot. Ich bringe euch alle um. Konstantina und Edda noch. Ja, ich weiß, Peter, gehe ich nur hin. Welcher Gothic-Teil hat deiner Meinung nach die beste Musik? Ähm. Gothic 3. Die Soundtracks dort sind wirklich einmalig. Da hat der Gothic-Teil wirklich top Arbeit geleistet. Aber so ein richtiger Ohrwurm, finde ich, ist die Musik von Gothic 1. Womit denn? Aber seht ihr, es läuft schon besser hier. Es läuft schon wieder flüssiger, weil viele NPCs verschwinden. Die Frames gehen wieder auf über 40 hoch. Das ist schön. Ich glaube, Jack hat überlebt in seinem Turm. Jetzt geht's zur Sache. Nee, noch nicht, lieber Lumpi. Regis, den habe ich ja fast vergessen. Es war sehr dumm, von dir hier zu folgen. Was? Wer stalkt mich da schon wieder? Mann, was ist denn in den letzten Tagen so los? Ach, Cedric. Many, many thanks for the follow. Thank you, man. I hope you enjoy the stream. I know, it's in German. But I hope it looks very well. Oh, die Statue ist auch am Arsch. Aha, hier ist auch einer drinnen. Einer von diesen Bastarden. Nichts zu plündern. Schamane, ha? Ja, den werde ich gleich noch mal in den Arsch treten, lieber Darkbang. Diese verdammten Belia. Warum willst du hier hoch? Hör auf, rumzubacken. Bamboo ist auch am Arsch. So, wir haben es gleich geschafft. Nice to hear it. Ah, der Richter. Wo ist denn? Ähm, ja! Die Drecksau ist tot. Die Drecksau ist tot. Ähm, lieber Lumpy. Ich bin auch der Champion. Ich darf sowas. Ich darf das. Was ist das? Wo ist der Gärtner? Hat er das überlebt? Sieht so aus, ne? Der ist auf jeden Fall nicht hier. Der ist auf jeden Fall nicht hier. Rukel, Rukel, Rukel. Aha. Uruk-Hai, Leutnant. Darf ich eintreten? Leute, habt ihr was dagegen, wenn ich da reingehe, oder? Wie sieht's aus? Ich geh mal rein, okay? Alle sind sie tot. Oh, hör auf zu ruckeln! Ist das schlimm, ey? Ach Gott, der Rayner! Schöne Waffen hast du da dabei. Mein Gott, jetzt bin ich wirklich ein sehr, sehr reicher Mann. Wenn ich all diese Waffen irgendjemandem verkaufe, dann bin ich ein sehr reicher Mann. Es ruckelt hier wie die Sau, Mann. Das ist ja schlimm. Jetzt bin ich definitiv ein sehr reicher Mann. Ah, Gellahead! Ist auch verreckt! Der war so tot! Du bist am Gärtner vorbeigelaufen? Ich bin am Gärtner vorbeigelaufen. Lass in Zukunft die Finger von Sachen, an denen du nichts zu suchen hast. Dann gehen wir doch mal direkt nochmal gucken. Oh, Uruk-Hai-Oberst und Uruk-Hai-General. Hier, guckt euch das an. Alles Leutnants, Oberts, General, Generäle. Alter, die würden mich innerhalb zwei Sekunden platt machen. Egal wie viel Lebensenergie ich habe, was für eine Rüstung ich habe. Die alle zusammen würden mich in zwei Sekunden platt machen. Der war unsichtbar, der Gärtner, deswegen. Jetzt aber nicht mehr. Ja, lieber Lumpy, das kommt noch. Die Todeswelle kommt noch. Keine Sorge. Ich muss ja die Stadt sowieso befreien. Und dann muss ich alle Orks töten. Entsprechend haben wir eine bleedische Drohung. Ich fühlst dennoch. was soll das werden willst du dich über mich lustig machen jetzt bei dem wetter sieht das echt übel aus ja das sieht wirklich übel aus alles ziemlich düster die liebe sara die ist auch tot oder hat es geschafft keine ahnung wo ist die gute sara glaube die hat es geschafft da liegt noch einer nichts zu wollen die die Guckt euch das hier mal an. Seht das nicht brutal aus? Die gehengten Paladine. Ja, ist schon übel, ne? Aber geil gemacht. Wirklich geil gemacht, ey. Da kommt echt Trauerstimmung auf. Was er wirklich gut gemacht. Ach Gott, Fiecher sind auch da. Ich fass es nicht, ey. Oh Gott. Oh Gott. Ihr Schweine. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Ich bringe euch alle um. Ich werde euch alle zerstückeln. Ich werde euch zerstückeln. Das sag ich euch. Oh mein Gott. Die ganze... Da ist ein Suchender. What the fuck? Ich fass es nicht. Da ist ein Suchender. Oh je, oh je. Alles sehr, sehr traurig hier. Ich gehe mal auf den Feldern. Da liegen bestimmt auch noch ein paar tote Bauern. Oder doch nicht. Also wir müssen laut Auftrag von Pyrocar zum For Us Gun. Da müssen wir uns durchschlagen. Und dann mit laut Hagen sprechen. Damit es hier weitergehen kann. Dann haue ich dir volles Pfund aufs Maul. Oh je, was soll ich mit diesem Inventar einstellen? Damit kann ich gar nichts machen. Gar nichts. Ich brauche den ganzen Kram nicht. Lass mal die ganze Boni fressen. Deine Ausdauer ist bei maximaler Grenze. Oh. Dann muss ich Jahrhundert haben, oder? Ja, habe ich. Maximale Grenze. Was haben wir denn hier für schöne Bücher? Magische, magische Künste. Uninteressant. Das kenne ich schon. Interessant. Interessant. Das kenne ich schon. Interessant. Das kenne ich schon. Die südländische Verteidigung. Interessant. Verbessere Treffen mit Bogen. Okay. Die Kampfkunst. Das kenne ich schon. Ist ja gut. Hier steht nichts Neues. Hier steht nichts Neues. Der Doppelblock. Geil. Interessant. Das Lied der Reue. Rezepturen. Interessant. Der Balsam des Sehens. Ah ja, da bekommt man auch permanentes Zeug. Interessant. Das kenne ich schon. Uninteressant. Sehr schön. Auch das hat sich nochmal gelohnt. Ich finde, das alles alles schön stimmig gestaltet ist. Mit der Musik, Ambiente, etc. Sagt der gute Eskimo. Ja, finde ich auch. So, jetzt die Luduls gucken. Hä? Was ist das? Ich meine, du kannst ja gerne gucken. Nur, ich weiß nicht, was das ist. Ich werde mich mal kurz zu Xaras teleportieren, um einfach mal zu gucken, was da los ist. Hier ist gar nichts. Hier ist keine Sau. Hier ist gar nichts, Leute. Wo ist mein Ring? Oh, Ring der Sonnenkreis zweimal. Dann habe ich das bestimmt von irgendeinem Feuermarkt. Ne, von Zuriss. Kann man ja bei ihm kaufen, glaube ich. Für viel Geld. Hier ist gar nichts. Hier ist tote Hose. Also man hätte auch wirklich Läster hierher teleportieren lassen können. Ne? Wenn man eben kein Sektler ist. Und diese Rune nicht hat. Dann kann man ihm eigentlich die von Xaras geben. Müsste man ändern. Hier ist gar nichts los. Ähm, ja. Dann teleportieren wir uns wieder... ...zur Stadt, würde ich sagen. Wieso ist das noch so dunkel? Achso. Schon besser. Seht ihr? Die Frames sind wieder super, weil die ganzen Leichen alle weg sind. Und dann ruckelt auch nichts mehr, ne? Dann hat man wieder normale Frames. Jetzt kann man nochmal gucken, ob irgendwo noch jemand rumliegt. Da liegt noch jemand. Dann war er vorher unsichtbar und ich habe ihn nicht gesehen. Das sind noch viel mehr. Ja gut, den Herold nehme ich jetzt nicht mit. Der hat mir jetzt so viel Scheiße im Inventar. Hier liegt noch einer rum. Miguel. So, da müsste Sarah, glaube ich, hier liegen, oder? Hat sie es geschafft, oder wo ist die Frau? Die liegt hier auch nicht. Hm. Gut, gehen wir weiter. Ich werde es in allem pennen. Der hat es nicht geschafft, der gute Mika. Ich brauche einen Angriffszauber. Was haben wir denn da Schönes? Heiliges Geschoss. Ja. Das ist auch gut. Okay. Gut, dann gehen wir mal Richtung Vor-Asgarn. Denn im Moment können wir nichts anderes tun, als das. Du willst es ja nicht anders. Oh, ich hasse diese Viecher, ne? Immer stehen sie im Weg rum. Aber leider müsste zwangsweise A. Ah, der Stadt vorbei, also. Hätte sich keine Weg gesperrt, oder er nimmt den illegalen Weg über die Berge. Sarah ist im oberen Viertel, da hat sie doch den neuen Stand. Ja, da lag sie aber nicht von Turm Deep Kid. Die lag da nicht dort. Keine Ahnung, wo sie ist. Was zum Geier? Oh, ich fass das nicht. Die geben nicht auf. Ah! Scheiß Suchende. Scheiß Suchende. Scheiß Suchende. Wo kommen die eigentlich her? Das im siebten Kapitel, Alter. Wow! Ohohohohohohohohoho. Oh hohoho, geil. Geil. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Ha 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 ha. Also für alle, die das nicht kennen Die Orks Sind hier durch Magie geschützt Und daran sind die Hüter schuld Das heißt, wenn man hier die Orks angreift Dann stirbt man Leider Man muss versuchen, diese Magie zu zerstören Damit die Orks wieder sterblich sind Also damit man sie wieder angreifen kann Dieser Blitz, der mich gerade getroffen hat War dieser magische Schutz der Orks Und dann ich frage mich warum die hüter immer noch kommen habe ich das wirklich noch gescriptet ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ich kann es nicht sagen leute ob ich daran schuld bin hier in der balance wo ist das eine geile axt die tag ist ja geil ach das ist ja die ganzen waffen vom vom renner dämonentöter borsten das geile waffen moment die will ich mir mal angucken nordische aktien urizien nein dann haben wir hier blutiger dunst die sind alle ein bisschen anders aus die waffen dies auch krass alles töter ein alles twitter ballmunk dann haben wir hier voltrad sieht auch sehr cool aus die drachenschneide ist klar die kennen wir schon jäger der nacht kennt man glaube ich auch schon todbringer dann maras wahrheit ist auch eine sehr interessante waffe so vom aussehen her du das sollte aber bekannt sein vom namen her assassin schwert adamantane streitachs der ältesten die verfluchte axt ist geil die sie doch geil aus die sieht geil aus mit dem toten kopf hammer des troll terrakorts hammer was haben wir sonst noch schönes verfluchte schwert ja das sieht wirklich verflucht aus dunkler fluch zerstörer feuersturm wo die waffe ist aber verdammt lang schlagradius 150 halter das ist ja eine mega reichweite schlagradius 150 goldener heiliger dann haben wir hier noch schlangenklinge was ist noch interessant orks schlechter kennt man ja schon die taktische axt haben wir schon gesehen schwert der verdammten die grundklinge die betty drachenschwanz dämonen töter naja ist auch egal also aber die waffe hier finde ich auch sehr cool die lasse ich mal ausgerüstet naja nix schrumpfen ich will niemanden schrumpfen ich will vereisen wo ist dieser verdammte suchende da ist er glück gehabt also wir wurden von diesem magischen blitz getroffen aber ähm wir sind nicht direkt gestorben gott sei dank hier geht es auch noch die sind zu weit weg von der statue gut seht ihr wie stark die sind ich habe die orks im siebten kapitel um einige stärker gemacht als sie wirklich sind sonst ist das spiel zu langweilig die sind auf jeden fall um einige stärker hier die orks ich nehme mal eine andere waffe die ist ein bisschen zu schwach was haben wir denn sonst noch drachenklaue seelenschnitt boah die sind aber geiler griff es gibt hier so viele geile waffen glammdring todestanz ritterklinge ich will eine zweihandwaffe schneidezahn auch sehr geil funkelndes lichtschwert ist eine einhandwaffe golores starker schlag drachenslist stahlklaue schwarzer abgrund wow schwarzer abgrund das lass ich mal dran die lass ich mal ausgerüstet schwarzer abgrund scheiße ulumulu oh man habe ich vergessen ich brauche das ulumulu sonst geht das ja nicht ich komme sonst nicht an den orks vorbei bin auch so doof durian ist tot ne auf jeden fall ist der tot der hat es nicht mehr geschafft also ich mache das wirklich nur dieses looten damit später beim endkampf es nicht so ruckelt und so leckt damit ich keine 5 fps habe oder so wenn die welt schön leer bleibt dann läuft auch der endkampf gegen die orks flüssiger das ist kein scherz leute das ist ernst gemeint da ist nichts zu holen ey das jetzt reicht es jetzt reicht es wirklich diese verdammten suchenden die geben nicht auf ey wieso können die nicht mal aufgeben die müssen doch mal aufgeben ey das ist doch nicht normal 79 intelligenz sauber ach gott der lebt ja immer noch das ist ja ein wunder wieso lebst du noch ich fass es nicht der lebt wirklich noch oh ja hier ist das orklager die haben hier alles besetzt seht ihr wie die frames hier schon runter gehen die gehen hier gewaltig runter die frames was war das alma nach der besessen oh den hab ich mal vergessen urukai oberst oje oje da sieht alles ziemlich übel aus finde ich und entschuldigt dass ich den chat gerade nicht lese ich bin selber sehr überrascht mal wieder das alles zu sehen das ist schon ein brutaler Anblick finde ich oh nein Basta Basta ne das ist ein Söldner ich glaube Basta hat es überlebt ne aber Erol nicht ja Erol hat es nicht geschafft und der hat es auch nicht geschafft der Semi überall diese Viecher ne das ist ne richtige Invasion hier ich war noch nicht im Kloster da muss ich jetzt auch noch gar nicht hin Sentenza und Festa so so sag mal ist das ein Gesicht oder ein Hintern ne ne lassen wir mal hier scheint alles bisher ganz gut zu sein die Orks sind bisher noch nicht hierher gekommen das interessiert mich nicht ich hätte das nicht gemacht hey du meine Meinung kann ich noch etwas von deinem erst was so Lee müsste irgendwo ah da ist Torloff das ist schon mal sehr gut Torloff hat es geschafft es hat es auch geschafft prima ach der gute Diego ist auch da sieh mal einen an ich bin froh dich lebendig und gesund wiederzusehen ehrlich gesagt ich dich auch also ist es euch gelungen euch durch die Stadt zu schlagen Gott sei Dank ist es gelungen wie du siehst leider hatten nicht alle so viel Glück das stimmt das habe ich gesehen einige von uns wurden von den Orks gefangen genommen ja nur Innos weiß was sie jetzt mit ihnen anstellen tja das sind keine guten Nachrichten das ist offensichtlich und es gibt nichts was wir dagegen unternehmen könnten verstehe gibt es ja wohl ich werde die alle töten das wirst du noch sehen Diego ich bring die alle um ich schaue den ganzen Orks volles Bund aufs Maul ich wäre mir da nicht so sicher na du fetter Oner alles klar bei dir Interesse an weitere du hast deine Seele an Belia verkauft sicher ein paar danke Lee ah Lee ist auch da und Gorn hat es auch geschafft die Orks werden diese Farm nicht in Ruhe lassen wir werden schon bald gegen sie kämpfen müssen das hoffe ich doch sehr meine Axt kann es kaum erwarten wieder ein paar von ihnen zu erschlagen glaube ich dir du hast dich kaum verändert dann haue ich dir vor das Pfund aufs Maul ha 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 du kennst mich doch Kumpel ja wir kennen dich Korn Lee keine Gesprächsruktion ich bin der Boss hier falls du das meinst davon träumst du was willst du denn eigentlich ich werde mich da nicht so bevor ich nach äh ja also bevor ich zu vor Askan gehe gucke ich nochmal kurz bei den Bauern vorbei äh nicht bei den Bauern du kämpfst gegen mich und meine Betty oder du versuchst wegzulaufen der Typ ist so blöd wie er dicht ist ach der gute Garn ist hier warte mal hey hast dich gerettet ich kann nicht klagen du hast dich ja gerettet das finde ich super seit der ach der Niklas ist auch da cool sehr schön sie sind alle hier auch Grimbaldi ist da cool das finde ich wirklich cool alle sind sie hier alle Jäger super das freut mich das freut mich ungemein oh ein Bauer der lebt ach die leben noch alle ist ja super Malak lebt auch noch ja und warum wohl weil der gute Wolf hier für Ordnung sorgt und diese Söldner sauber wenn man die Tatsache außer Acht lässt dass hier überall Orks rumlungern ich hab meine Seele nicht an Belia verkauft Dark Bank wie kommst du denn da drauf ich glaub du träumst du willst dich mal wieder mit mir anlegen ne so dann müsste ich hier ja da ist schon mal unser Freund Lester der hat's geschafft wie ist die Situation im Lager ganz normal obwohl derzeit alle nur von den Orks reden dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul haben sie schon versucht euch anzugreifen nein sie halten sich sogar vom Lager fern offensichtlich war die Stadt bis jetzt ihr Hauptziel wir interessieren sie zur Zeit nicht gut verstehe so Angar müsste auch hier drin sein äh Balorun hast du was zu sagen das ist vielleicht ein Vogel ne um mehr Ungläubige von der Wahrheit zu überzeugen wieder zu Hause ja fast so wie in den guten alten Zeiten du wirst also erneut den Kreis der Templar anführen nein jetzt noch nicht ich muss mich erst mal ein wenig von den letzten Ereignissen erholen das glaub ich dir zudem finde ich das Gornerkost mit dieser Aufgabe ganz gut zurechtkommt es wäre besser wenn er sie weiterhin trainieren würde ich werde das alles erst mal nur beobachten verstehe wenn du das nicht gewusst hast gut meine Meinung die dem Ruf des Schläfers gefolgt waren die Visionen wurden deutlicher jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht aus denn war das habe ich auch gesagt dann können wir jetzt beruhigt zum Voraskern gehen aus Fernsehers die läuft gerade bei 80 prozent die grafikkarte und trotzdem haben wir so wenig fps das liegt wahrscheinlich an den ganzen box in corinne ist dies noch nicht mal unter volllast naja egal wir sind einfach zu viele robs merke ich das ist too much oh Verdammte Bastarde, hey, wo die überall herkommen, ich verstehe das einfach nicht, ne? Die schaffen es immer wieder, mich zu überraschen, hey. So, hier brauche ich aber keine schlechte Waffe, da können wir wieder was gescheites ausrüsten. Das heißt gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ich hab was anderes gehört. Einige wissen gar nicht, wie sehr sie sich versündigen. Na, dann wollen wir mal. Wie ihr sehen könnt, wir haben sogar jetzt alles gelernt, haben noch knapp 300 Lernpunkte übrig. Unglaublich, ne? Das kann man einfach nicht fassen. Wenn ich das Ganze nicht ausbalanciert hätte, wären unsere Werte wahrscheinlich jetzt doppelt so hoch. Alle zusammen. Das ist kein Scherz, das ist so krass. Naja. Gehen wir doch mal zu den Paladinen. Sind da wieder Viecher oder so? Ja. Das sind auch wieder Viecher gespawnt, krass. Also man könnte quasi nochmal alle Welten abklappern. Und nochmal leveln, das ist doch verrückt, ey. Das ist total verrückt. Aber ich hab ehrlich gesagt keine Lust dazu. Denn was bringt mir das? Das bringt mir überhaupt nichts. Ich hab was anderes gehört. Einmal hier speichern. Jetzt ist die Frage, was machen wir als erstes? Sollen wir... Wie war das nochmal hier? Ich muss gerade was überlegen. Sorry. Na ja, geh mal rein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Warum kommt mir das bekannt vor? Ich hab's nicht gesagt. Von mir erfährt keiner was. Ich erzähl dir doch nichts mehr. Hey, du. Albrecht. Aus dem Miental. Von mir erfährt keiner was. Nee, halt mal. Das ist der... Albrecht aus Korinisch. Der andere aus dem Miental heißt ja Albert. Hab ich gerade verwechselt. Ich hab's nicht mehr, dem man noch glauben kann. Ich hätte das anders gemacht. Ich hab was, wenn ich nicht mehr sagen muss. Das ist der Schöne dann soll. Meinst du mir geht es besser? Nur, wenn es nicht mehr ist, wenn ich mich gar nichts mehr. Das ist doch alles, wenn es nicht mehr ist. Hört auf die falschen Leute, wenn man selbst ist, dass du nicht darauf gekommen bist. Lord Varus? Lord Hagen. Aha. Musstest du deinen Platz räumen, ne? Du Großmaul. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, das du wissen solltest. Ähm, wie redest du mit mir? Ich hab's auf die falschen Leute gehört. Ich hab's nicht gewusst. Es leuchtet all die Leute, wenn wir eine Weise erkennen. Bist du das? Ehm, erst gesagt, habe ich nichts erwartet, dich wiederzusehen. Insbesondere nachdem du dir unser einziges Schiff unter den Nagel gerissen hast. Oder dachtest du etwa, ich weiß nichts darüber? Natürlich weißt du das. Es ist jetzt aber nicht die geeignete Zeit, darüber zu reden. Ach wirklich? Meinst du das? Warum bloß? Weil die Orks in Korinus eingedrungen sind? Und ich glaube, dass dich diese Tatsache zur Zeit am meisten interessieren müsste. Ach ja, diese verdammten Orks, diese verfluchten Bieste haben schon fast das ganze Tal eingenommen. Na sag ich ja, und wir müssen etwas dagegen unternehmen. Ehm? Na gut. Über die Sache mit dem Schiff werden wir später reden. Glaube aber bloß nicht, dass ich es vergesse. Und jetzt antworte, was führt dich zu mir? Möglicherweise damit. Ich muss dir eine äußerst wichtige Mitteilung machen. Ach tatsächlich? Und was hast du mir mitzuteilen? Auf hoher See sind wir zufällig auf eine unbewohnte Insel gestoßen, auf der wir gewaltige Vorkommen des magischen Erzes entdeckt haben. Und ich dachte mir, dass dies für Paladinen nicht uninteressant sein wird. Was? Ist es dein Ernst? Aber das kann nicht sein. Glaub mir, das ist so, das entdeckte magische Erz war einer der Gründe für unsere Rückkehr hier war. Unglaublich. Ich hätte mir kaum vorstellen können, dass so etwas möglich ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie man auch glaubt. Wenn das, was du sagst, hätte ich gestimmt, dann ist es die allerbeste Nachricht, die du uns hättest bringen können. In der letzten Zeit sind gute Nachrichten leider recht selten geworden. Es freut mich, dass dir diese Nachricht gefällt. Und wie? Wie weit von hier liegt diese Insel eigentlich? Um die Insel zu erreichen, benötigt man höchstens ein paar Tage. Hier, siehst du ja an. Was ist das? Das ist eine Seekarte. Mein Kapitän hat sie angefertigt und den genauen Kurs eingezeichnet. Es wird für euch jetzt einfach sein, diese Insel zu finden. Ich hab was noch nicht gehört. Ehm, ja, höchst interessant. Ach was, ehrlich? Nach der Karte zu urteilen, befindet sich die von euch entdeckte Insel in einer unerforschten Meeresregion. Du erbsüchtiger Sack. Wie seid ihr bloß dahin gelangt? Wir waren in einen starken Sturm geraten. Dieser Sturm hat uns an die Küste dieser Insel verschlagen. Tja, es ist wahr. Inselregel sind unergründlich. Ich bin mir sicher, dass dies nicht ohne seinen Willen geschehen ist. Kann sein. Na schön, im Namen unseres Ordens danke ich dir für diese Nachricht. Lass uns hoffen, dass das von euch entdeckte Erz der königlichen Armee zum Sieg gegen die Orcs verhelfen wird. Ne, wird das nicht. Selbstverständlich. Jürgen K. schickt mich. Und was will er von mir? Na, zuerst will er wissen, wie eure Situation ist, wie groß sind eure Verluste. Jem, als wüsste er selbst nicht, wie es um uns bestellt ist. Ist das wirklich wahr? Im Laufe der Stadtverteidigungskämpfe habe ich ein Drittel meiner Männer verloren. Das kann man wohl nicht als eine Wende zum Guten bezeichnen. Was ist mit den anderen? Alle, die bei diesem Massaker überlebt haben, befinden sich hier. Genauer gesagt, steht zur Zeit ca. eine halbe Hundert Schaft Krieger unter meinem Kommando. Vielleicht auch ein paar mehr. Wie steht's denn um ihre Kampfmoral? Jem, wenn du denkst, dass sie sich vom Geschehenen entmutigen lassen, dann irrst du dich gewaltig. Ihre Kampfmoral ist so hoch, wie nie zuvor. Bald wirst du dich davon überzeugen können. Aber warum seid ihr dann immer noch hier? Die Orcs sind mittlerweile zu den wahren Herrschern des Tals geworden. Sie klingen dann und morden, was das Zeug hält. Oder habt ihr etwa Angst vor einer offenen Schlacht gegen sie? Was? Wie wagst du es bloß, mir solche Vorwürfe zu machen? Die Paladine kennen keine Angst, jeder Krieger in Oswürde mit Freude sein Leben für den Ruhm und die Ehre unseres Gottes opfern. Aber meine Männer in den sicheren Tod schicken? Nein, das werde ich niemals tun. Für eine offene Schlacht reichen unsere Kräfte bei weitem nicht aus. Momentan sind wir schlicht nicht in der Lage, die Orcs zu bezwingen. Und was habt ihr dann vor? Wir werden zuerst hier bleiben. Ich muss meine Trucks umgruppieren, damit sie auf weitere Kämpfe gut vorbereitet sind. Außerdem ist Eskan absolut unannehmbar, sodass wir uns hier sicher fühlen können. Sollten diese Beister versuchen, uns anzugreifen, werden sie sich an diesem Fort ordentlich ihre Zähne ausbeißen. Ja, ohne Zweifel. Aber wir können doch nicht einfach hier sitzen und Dolchen drehen. Früher oder später werden die Orcs alle Menschen im Tal abflachten und dann bestimmt auch einen Weg finden, das fort zu erudern? Du verstehst doch sicherlich selbst, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Wage bloß nicht, mit mir in diesem Ton zu sprechen, Würschchen. Ich weiß es auch ohne dich. Ey, ich bin Feuermagier. Ich fragte doch schon, ich habe nicht genug Männer, um einen offenen Kampf gegen so viel Orcs zu gewinnen. Dann musst du mehr Kämpfer für diesen Kampf auftreiben. Ach ja? Ehm? Und wo soll ich nach denen suchen? Hast du da etwa einen Vorschlag? Wie soll ich denn bitte schön noch 100 tapfere Kämpfer anwerben, die dazu noch bereit wären, ihr Leben für einen kleinen Hoffnungsschimmer zu opfern? Nein, mein Freund, in diesem Kampf sind wir auf uns allein gestellt. Wir können keine Hilfe erwachen können. Aber was ist mit den Söldnern oder den Leuten aus der Bruderschaft? Vielleicht sollten wir uns an sie wenden. Was? Soll ich etwa Verbrecher und entlaufene Sträflinge um Hilfe bitten? Du bist ja völlig verrückt. Schlägst mir sowas vor. Ich werde mit solchen Leuten niemals kooperieren und möge es um Leben und Tod gehen. Das wäre eine Schande für uns alle. Davon, dass man ihnen gar nicht trauen kann, ist schon ganz zu schweigen. Ich will mit dir nicht diskutieren. Ich weiß, dass für einen Paladin die Ehre das wertvollste ist, aber nicht in dieser Situation. Warum das denn? Weil, während du hier stehst und über deine Ehre nachdärkst, im Tal immer mehr unschuldige Menschen von den orkischen Kriegsexten ins Piliarsreich geschickt werden. Was willst du mir sagen? Dass es deine Pflicht als Paladin des Königs ist, alles Mögliche und Unmögliche zu unternehmen, um diese Menschen zu retten. Und durch deine Umdähtigkeit übertrittst du all die Prinzipien, die du so eifrig verteidigst. Genau, so sieht es aus. Wie kannst du? Das ist unerhört. Willst du also sagen, dass ich mich ihre? Eben, doch. Du hast recht. Ich sollte wirklich nicht so hochmütig und überheblich sein. Richtig. Das Leben der Untertanen unseres Königs steht natürlich über allem. Na also, geht doch. Sie zu beschützen ist unsere heilige Pflicht, da wir ihre einzige Hoffnung sind. Eben, und uns sollte jetzt jedes Mittel recht sein. Daher bin ich überzeugt, dass wir all diejenigen um Hilfe bitten müssen, die eine Waffe in der Hand halten können. Und solche Leute sind zahlreich. Besonders deswegen, weil sie alle wissen, dass die Orks keine Gnade kicken. Und wenn diese Verbrecher, wie du sie nennst, uns im Kampf gegen Orks helfen würden, wäre es schon an sich respektwürdig. Schließlich werden viele von ihnen dies mit ihrem Leben bezahlen, und das ist ein hoher Preis. Gut, du hast mich überzeugt, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit, um diese Sache zu überdenken. Natürlich, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich verstehe. Mann, oh Mann, so viel Dialog, ne? Das liegt doch auf der Hand. Was hast du entschieden? Noch nichts, und hört auf mich zu nerven. Gut, wie du sagst. Ich erzähle es doch nicht. Ist das wirklich wahr? Kann ich noch irgendwie helfen? Ehm, ich hätte in der Tat einen sehr wichtigen Auftrag für dich. Dieser ist aber äußerst riskant und gefährlich. Klingt verlockend. Was ist zu tun? Ach ja, ich habe ja schon fast vergessen, welch großer Held du bist. Hör zu. Ich weiß jetzt nicht, was aus der Expedition in Sminental geworden ist. Ich habe schon seit langem keine Nachrichten von Garun erhalten. Ich weiß überhaupt nicht, wie es um meine Männer dort steht. Vielleicht sind sie schon alle tot, vielleicht nicht. Und diese Ungewissheit setzt mir sehr zu. Daher möchte ich, dass du dich schnellstmöglich ins Minental begibst und in Erfahrung bringst, wie die Situation dort ist. Ja, kein Problem. Meines Wissens war ihre Situation dort bis jetzt sehr gefährlich. Die Orgs haben versucht, die Burg zu erstürmen, aber die Paladine konnten damals den Angriff zurückschlagen. Ich denke aber nicht, dass es so weitergehen kann. Ich muss unbedingt erfahren, was mit meinen Männern geschehen ist. Sogar wenn sie tot sind. Gut, ich werde versuchen, es rauszufinden. Kein Problem. Dann geh, möge Nost dich schützen. Wie ist die Situation im Fort? Es hat sich nichts geändert. Die Frage hättest du dir sparen können. Jetzt sei mal nicht so frech. Gut, dann eben nichts. Glaubst du wirklich? Hast du schon jemanden ins Minental zur Aufklärung geschickt? Ja, ich schickte schon einmal jemanden dahin, aber bis jetzt hat er sich überhaupt nicht gemeldet. Ich fürchte, dass er von den Orgs erwischt wurde. Aber vielleicht ist er noch am Leben. Wie hieß der Kerl? Sein Name war Nathan. Mein guter Mann, muss ich sagen. War er auch Paladin? Selbstverständlich. Niemand anderer würde eine dermaßen gefährliche Aufgabe übernehmen. Nathan war einer der Männer von Nordvarus, die sich freiwillig angeboten haben, mich bei dieser Expedition auf diese Insel zu begleiten. Das war also kein Gefehl? Nein. Verstehe. Okay. Also, wir haben ein paar neue Geschichten hier. Der Krieg mit den Orgs, bla bla bla, bla bla bla, seltsame Ereignisse. Hier geschehen ziemlich seltsame Sachen. Als ich versucht habe, einen Org anzugreifen, wurde ich von einem Blitz getroffen, der mich fast tötete. Allem Einschein nach werden diese Kreaturen durch die Magie geschützt. Ich muss jetzt vorsichtiger werden. Paladin im Minental. Ja. Das wird noch eine sehr, sehr interessante Quest, die wir machen müssen. Da geht es noch richtig gut ab. Der Krieg mit den Orgs. Und dann? Ja, wir müssen jetzt ein paar Tage warten, bis sich Lord Hagen entschieden hat, was er machen will. Wir gehen jetzt zurück zum Kloster und reden wegen Pedro mit Pyrocar. Und dann, denke ich, reicht es für heute. Wir beenden dann nächste Woche das Projekt Returning mit dem Hartz-IV-Magier. Aber heute reicht es wirklich, Leute. Ich bin ziemlich platt. Nee, lieber Dark Bank. Wir machen jetzt auch gleich Schluss. Also es reicht wirklich. Wir haben uns das siebte Kapitel ein bisschen angeguckt. Und werden das dann... nächste Woche richtig spielen. Ich werde jetzt nicht mehr viel machen. Das ist glücklich nicht mein Problem. Aber schön, dass du da warst, Dark Bank. Das ist doch nichts Neues. Da ist der gute Vatras. Und wenn habe ich jetzt getötet? Wie steht es um mein Ansehen bei Adenos? Zweifeln nicht. Ich höre auf mich zu verspatten. Sonst wird es dir schlechter gehen. Ich habe 100 G... Ich sehe, möge der... Daran wird sich nie etwas ändern. Und wo ist der gute Milton? Da ist der gute Milton. Ich bin nicht darauf gekommen. Wer erzählt denn sowas? Weißt du, was passiert ist? Ja. Pyrocar hat mir bereits alles erzählt. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin überhaupt nicht überrascht. Ich wusste, dass die Orks früher oder später hierher kommen würden. Ich war darauf gefasst. Aber jetzt, wo es soweit ist, ich habe absolut keine Ahnung, was nun zu tun ist und wie wir damit umgehen sollen. Macht ihr keine Sorgen. Uns wird schon etwas einfallen. Der Schläfer sei mit dir. Ja, lieber Lumpy, auch mit dir. Klar. Hey, du. Wie ist die Situation im Kloster? Wir sind doch alles nur gemächt. Alles in Ordnung, mein Sohn. Hier sind wir zur Zeit alle in Sicherheit. Allerdings beunruhigt mich die Situation außerhalb unserer Mauern. Was weißt du darüber? Ich möchte dich nicht beunruhigen, aber die Situation ist schlimmer als erwartet. Die Orks haben bereits den größten Teil dieser Insel besetzt und nur einige Gebiete um Onars Hof sind noch nicht angegriffen worden. Oh, allmächtiger Adenos. Wie konntest du es nur so weit kommen lassen? Jetzt bin ich schuld, oder was? Bist du vollkommen klemplem? Boah, ich bring dich um, Watras. Als ob das meine Schuld wäre. Geht's noch? Ich bin doch kein Gott. Wo sind die anderen Wassermarier? Ich denke, dass sie sich immer noch im unbekannten Teil der Insel aufhalten. Alles klar, Hengman. Schön, dass du auch so lange mit dabei gewesen bist. Also es passierte nichts mehr, ne? Bis denn, ja? Wir werden hier beim Kloster den Schluss machen. Und wenn dies zutrifft, dann könnten sie ihnen in eine Falle laufen. Das sind meine schlimmsten Befürchtungen. Dann sollte man sie deswegen benachrichtigen. Das sehe ich auch so, mein Sohn. Doch kann ich die Mauer des Klosters momentan nicht verlassen? Der Bürokar und die anderen Feuermagier immer noch meiner Hilfe bedürfen, um das Kloster gegen diese Kreaturen zu verteidigen, was man so rum erzählt. Ehm, vielleicht könntest du ihnen diese Nachricht ja überbringen. Wieso auch nicht? Danke, mein Sohn. Ich wusste, dass ich auf deine Hilfe zählen kann. Nur bitte, beeile dich. Es zählt jetzt jede Minute. Macht ihr keine Sorgen? Vater, ich mache mich sofort auf den Weg. Vater? Was ist denn das für eine Übersetzung? Das ist doch nicht mein Vater. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Hey, Daron. Hast du es geschafft oder was? Bist du gerettet? Na, Serpentis. Hast du mir noch etwas zu sagen? Nein, im Moment nicht, Bruder. Das will ich auch hoffen. Ich kann noch mehr berichten. Sprich, ich... Es sind... Nimm die... Lass uns wegen Petro reden. Gut. Was kannst du zu seiner Richtfertigung sagen? Ich glaube, er ist unschuldig. Ehm, das kann jeder behaupten. Das erklärt aber überhaupt nicht, aus welchem Grund Droh diesen abscheulichen Verrat ergangen hat. Ich bin sicher, dass er dazu gezwungen wurde. Der Geist eines unerfahrenen Novizen ist zu schwach, um der dunklen Magie der Suchenden zu widerstehen. Und ich bin mir sicher, dass der wahre Glaube an Enos ihn davor behütet hätte. Offenbar hat er ihn aber verloren. Er hätte jeden Tag dafür beten sollen, dass ihm Enos seinen Schutz und seine Weisheit schenkt. Aber stattdessen zog er es vor, sich seinem Schicksal hinzugeben und denjenigen zu dienen, die den Namen unseres Gottes in den Schmutz ziehen. Dann gib ihm doch eine Chance, den Glauben wieder zu erlangen. Wenn du ihn aber bestrafst, wird er den Glauben für immer verlieren. Ist es nicht Enos selbst, der die Quelle der Barmherzigkeit und Weisheit in dieser Welt ist und dasselbe von seinen Dienern erwartet? Einerseits hast du natürlich recht. Aber das Bestehlen der Brüder und des Klosters ist dem Bestehlen Enos selbst gleichzusetzen. Glaubst du wirklich, dass ich meine Augen vor dieser Lästerung verschließen kann? Darum bitte ich mich doch gar nicht. Ich möchte nur, dass du ihn verschunst. Ich ahne doch schon, dass ihn sein Vergehen sein Leben kosten wird. Alles andere kannst du ihm ja schon jetzt wegnehmen. Ehm? Du willst also, dass er am Leben bleibt? Ja, das hast du richtig verstanden. Na gut. Da du so überzeugend darum bittest, kann ich dieses Zugeständnis machen. Für sein Leben wirst du aber bezahlen müssen. Ich denke, eine kleine Spende für unser Kloster wird die Entrüstung der Brüder mindern, Schon wieder Gold. Immer Gold, 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 Gold. Und wie viel willst du? 5000 Goldmünzen. Ich bin überzeugt, dies wird vollkommen genügen. Geld, goldgieriger, geldgieriger, goldgieriger, geldgieriger. Sack. Gut, hier ist das Gold. Hervorragend. Dann wird der Novize droh hiermit von den Beschuldigungen wegen Verrats und Diebstahls befreit. Und ich hoffe sehr, dass ich diese Entscheidung nicht bereuen werde. Ich bin mir sicher, du hast richtig gehandelt. Ehm. Wir werden sehen. Ich habe mit dem Anführer der Paladine gesprochen. Was hat Lord Hagen gesagt? Wie beurteilt er die Situation? Er meinte, die Lage kann nicht schlimmer sein. Bei den Stadtverteidigungskämpfen haben die Paladine herbe Verluste erlitten und sind zu einer offenen Schlacht gegen die Orks schlicht und einfach nicht imstande. Sie werden also zunächst im Fortbleiben und einen Gegenangriff planen. Aha. Er meint also, die Orks würden nichts unternehmen und einfach abwarten, bis er bereit ist, seinen Gegenangriff zu starten? Sieht so aus. Zumindest ist sich Lord Hagen sicher, dass das Fort als Garn für die Orks uneindnehmbar ist. Wie kann er bloß so vermessen sein? Nur einer kann übersehen, dass dieser Schein trügt. In der näheren Zukunft werden die Orks auch seine Festung belagern. Und dann wird sich das Fort in eine Fall verwandeln. Die Erstürmung des Forts ist nur eine Frage der Zeit. Und davon haben die Orks mehr als genug. Ach, ich denke, er weiß das alles selbst. Es wäre natürlich sehr unvernünftig, das Fort unvorbereitet zu verlassen. Zurzeit sind nur die Paladine in der Lage, diesen Bestien Einhalt zu gebieten. Wenn sie eine Niederlage erleiden, werden wir keine weitere Chance in diesem Krieg haben. Ach, schon gut. Hoffentlich weiß er, was er tut. Letztendlich liegt es als Anführer der Paladine bei ihm, die Entscheidung zu treffen. Selbstverständlich. Hm. So, dann haben wir hier noch eine Gesprächsoption. Was weißt du über die Hüter? Die Hüter? Ehm. Ich fürchte, ich weiß nur wenig über diese uralten Wesen. Und größtenteils wird dieses Wissen mit Sicherheit viel mehr aus Gerüchten und Mythen bestehen, als aus Wahrheit. Das ist jetzt nicht so wichtig. Erzähl mir einfach, was du weißt. Gut. Viele derjenigen, die etwas von den Hütern gehört haben, denken, dass sie von den Göttern selbst erschaffen wurden. Es gibt auch welche, die sie für eine Schöpfung viel mächtigere Kräfte halten, die schon vor der Erschaffung dieser Welt existiert haben. Was davon wahr ist, und was nicht, weiß ich nicht, da es schon seit langen Zeiten keine Anzeichen ihrer Existenz mehr gegeben hat. Die Existenz der Hüter ist also vielmehr ein Mythos. Es kann niemand mit Sicherheit sagen, ob es sie überhaupt gibt. H&M. Verstehe. Die Hüter sind kein Mythos. Was? Woher weißt du das? In den Hallen von Erdorat bin einem von ihnen begegnet. Ehm? Das ist, ehrlich gesagt, kaum zu glauben. Bis jetzt war ihnen in dieser Welt noch niemand begegnet. Der grüne Novize hilft dem Novizen. Ich habe keinen Grund zu lügen. Schon gut, schon gut. Wenn du meinst, es sei wahr, dann ist es auch so. Aber was wollte der Hüter von dir? Nichts Besonderes. Er wollte mich einfach töten. Töten? Ehm? Welch eine unerwartete Wendung der Ereignisse. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was du angestellt haben musst, um das Interesse der Hüter auf dich zu nehmen. Hey, Bürocar, ich bin der Chef. Kapitschke. Ich bin doch derjenige, der den Schläfer, alle Drachen und den auserwählten Penias selbst vermittelt hat. Aber was haben denn die Hüter damit zu tun? Na, damals passte ihnen das Ganze doch offenbar gut in den Kran. Jetzt hat sich die Situation aber grundlegend geändert. Bevor seine Diener mich angegriffen haben, offenbarte mir der Hüter den wahren Sinn ihres Erscheinens in dieser Welt. Meine Anwesenheit hier kann sie wahrscheinlich an der Umsetzung ihrer Pläne hindern. Aber was haben sie denn vor? Sie wollen alle Götter vernichten, und zugleich auch alles andere auf dieser Welt. O barmherziger Innos! Aber wie kann das sein? Warum wollen sie das bloß tun? Die Hüter glauben, dass der uralte Kampf zwischen Innos und Belialmutzerstörung und Chaos in diese Welt bringt. Daher wollen sie diese Feindschaft ein für allemal beenden. Aber warum denken sie, dass die Götter dies zulassen werden? Ich fürchte, die Götter sind jetzt zu schwach, um der Macht der Hüter zu widerstehen. Und teilweise trage ich Schuld daran. Ohne es zu wissen, schwächte ich mit jeder meiner Handlungen die Macht der Götter in dieser Welt. Von ihnen ist also zur Zeit kaum noch Hilfe zu erwarten. O Innos! Das, was du sagst, ist unvorstellbar. Ach, Schnauze! Wer hätte ahnen können, dass letztendlich unser Handeln uns selbst zum Verhängnis wird. Falls das tatsächlich wahr ist, dann fürchte ich, dass wir alle dem Tode geweiht sind. Denn ohne die Hilfe der Götter werden wir die Hüter niemals aufhalten. Kein Problem! Auch die Orks dürfen wir nicht vergessen. Ach ja, da sind noch diese verfluchten Orks. Nicht einmal mit ihnen können wir fertig werden, geschweige denn mit dieser neuen Bedrohung. Das ist noch nicht alles. Die Hüter helfen diesen Biestern. Mit ihrer Hilfe wollen sie die Menschen ausrotten und dadurch die Macht der Götter noch mehr schwächen. Eben deswegen sind auch alle Anstrengungen der Paladine gegen sie in diesem Krieg so vergebens. Was? Das hat uns gerade noch gefehlt. Alles wendet sich gegen uns und die Tage dieser Welt scheinen gezählt zu sein. Wir haben noch etwas Zeit, uns etwas dagegen einfallen zu lassen. Was soll einem denn dagegen noch einfallen? Alle unsere Bemühungen werden umsonst sein, wenn die Hüter selbst unseren Tod wünschen. Unser Schicksal ist vorausbestimmt. Nichts und niemand wird uns helfen. Das werden wir noch sehen. Tja, jetzt haben wir nochmal zwei Gesprächsoptionen. Die gehen wir natürlich alle durch, bis wir hier Schluss machen. Das habe ich ja gesagt. Hast du eine Idee, wie wir die Hüter besiegen können? Ich fürchte, nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, von welcher Seite wir das Problem anpacken sollten. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist die Möglichkeit, uns den alten Manuskripten in der Geheimbibliothek des Kloster zuzuwenden. Vielleicht werde ich dort die Antwort auf diese Frage finden. Lass uns wenigstens darauf hoffen. Ich kann jedoch nicht versprechen, dass dies schnell gelingt. Um die Manuskripte gründlich zu studieren, werde ich also einige Zeit benötigen. Wie viel Zeit brauchst du? Bestenfalls ein paar Tage, natürlich nur, wenn wir Glück haben. Aber ich denke, du verstehst, dass wir jetzt keine andere Wahl haben. Selbstverständlich. Ey! Warte mal! Haut da einfach ab! Jetzt mach mal langsam hier, Freundchen. Seltsame Dinge geschehen zur Zeit. Welche Dinge meinst du denn? Als ich kürzlich einen Org angreifen wollte, wurde ich von einem Blitz getroffen, der mich banal getötet hatte. Angenehm war es jedenfalls nicht. Ehm? Das ist aber wirklich sehr unerwartet. Ich weiß gar nicht, was ich dir dazu sagen soll. Versuch aber auf jeden Fall, den Org-Patrouillen möglichst auszuweichen. Das könnte dein Leben bewahren. Schon gut, ich werd's mir merken. Darauf hoffe ich ja. Unterweise mich. Es gibt nichts mehr, das ich dir beibringen kann. Ja, du bist ja auch ein Loser. Du lächerlicher Vogel. Ich will meine magische Kraft steigern. Wow! Ohohohoho. Ohohohoho. Zieht euch das mal rein. 5 permanente Malerpunkte. Kosten mich 25 Lernpunkte. und 6500 Goldmünzen. Das ist der Wahnsinn. Ich spüre, dass die magische Kraft dich ganz und gar durchströmt. Da müsste ich erstmal bei einem Händler den ganzen Scheiß hier verkaufen, dass ich an 30.000, 40.000 Gold rankomme, um eben die Lernpunkte hier verbrauchen zu können. Wir könnten auf jeden Fall 10 Mal lernen, das wären 50 Mana zusätzlich, ne? Ist ja krank, ey. So, mit wem müssen wir noch reden? Ich glaube, mit niemandem. Was meinst du mit Kreis 7? Äh, lieber von Turmdipkitt. Ja, das müsste man vielleicht noch einbauen, äh, weil es so an der gar nicht gibt, ne? Es gibt ja nur die 6 Kreise, die man aus die Nacht des Raben kennt, aber da es hier ein 7. Kapitel gibt, wäre eventuell möglich auch einen 7. Kapitel-Zauber pro Gilde äh, zu erstellen. Nicht wirklich schwierig. Man kann ja einen vorhandenen Zauber nehmen und den einfach abändern und stärker machen. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, oder ich wüsste halt auch nicht, äh, was man sonst noch macht, ne? Meine Meinung kennst du ja schon. Ja. Gut. Freunde. Ihr habt das 7. Kapitel gesehen. Also ich bin mal wieder absolut beeindruckt, wie geil das ist, ne? Und ich denke, wir werden das auf jeden Fall äh, beim nächsten Mal beenden können. das riesige Projekt kommt langsam zum Ende und ich freue mich natürlich, wenn auch nächste Woche viele von euch bei dem Finale dabei sind. Also ich kann's nur empfehlen, das ist echt ein Festschmaus, sich das anzugucken. Hier, das 7. Kapitel. Da gibt es noch so viel zu tun. Allein im Minental haben wir einiges zu tun. Dann müssen wir mit allen Gilden, die es hier gibt, nochmal reden und in Yarkindar gibt es noch genug zu tun. Also wir werden noch ein bisschen hier in diesem 7. Kapitel verbleiben. Okay. Dann mach ich an dieser Stelle Schluss. Ich danke euch allen, dass ihr so tatkräftig dabei gewesen seid und ja, ihr seid spitze. Ihr seid super, so macht es richtig Spaß auch zu streamen. Der Chat ist richtig lebendig. Ihr diskutiert über Gothic, Gothic lebt über euch und auch über den Stream. So macht es richtig Spaß und dafür will ich nochmal Danke sagen und ich wünsche euch noch einen guten Sonntagabend und wenn ihr Bock habt, guckt einfach mal bei Course One vorbei, ne? Der ist nur am Stream, der Gute. Bis dahin.